Liebe SWN Zuschauer, also heute sind wir beim Faschingsumzug in Schonungen und hier habe ich mal ein paar Bilder gemacht von den Vorbereitungen. Ich warche viel zu früh dran und habe natürlich dann die Wagen mal und die Gruppen gefilmt, wie sie sich vorbereiten auf diesen Faschingsumzug. Viel Spaß bei unseren Filmen. So hallo liebe SWN Zuschauer, also gleich geht der Umzug los hier. Entschuldigung, der Faschingsumzug, ich freue mich schon wirklich drauf. Ich habe schon ein paar Wagen gesehen, die da oben aufgestellt sind, also lasst euch überrascht, schaut euch den Film hoch. Also die Zeit, bis der Faschingsumzug dann in die Gänge gekommen ist, in den Hofheimer Straße angekommen ist. 14.30 Uhr soll der losgehen. Das war schon ganz schön lange. Auf ein unserer Hauptfunktionen, die für anscheinend nicht möglich wäre, auf die Firma Fuchs ein dreifach fränkisches Franken. Firma Fuchs. Stefan Fuchs. 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 Musik 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 Wir werden uns erkennt, wir sind alle verrückt, das ist alles, was zählt. Denn endlich wieder richtig feiern, endlich wieder. Und keiner geht uns auf, wie alle, endlich. Genau! Alle, rollen wir! Vielen Dank. 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 ... 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